Ich glaube, es war immerhin Traum, von mir hier zu spielen und deswegen habe ich mich für den BVB entschieden. Mit Süle habe ich noch nicht geredet, aber mit Schlotti ein bisschen. Ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall, uns wiederzusehen, im gleichen Team zu spielen. Und wir verstehen uns auch richtig gut, wir drei. Erstmal am Anfang habe ich Schlotti gefragt, was er gemacht hat an dem Tag, wo er geschrieben hat. Hat er gesagt, nur zehn Minuten locker Fahrrad fahren, aber da hat er mich absolut angelogen. Es war richtig anstrengend. Wenn man dir so zuschaut, du machst ja richtig Dampf auf dem Platz, richtig Power. Bist du privat eigentlich auch so oder bist du eher der ruhige Typ? Kommt darauf an, mit wem ich bin. Wenn ich Leute gut kenne, dann glaube ich, bin ich da immer der lustige Typ und etwas chillige Typ. Wenn ich die Leute nicht kenne, bin ich eher zurückziehend und sehr ruhig. Die Bundesliga ist nochmal was ganz anderes, aber ich freue mich natürlich auf die Challenges. Aber ich glaube, der BVB will auf jeden Fall angreifen. Dieses Jahr waren sie knapp dran, den Titel zu gewinnen. Ja, vielleicht mit Fännchen Glück oder noch mit mehr Punkten gewinnen wir dann die Liga. Im Julio pack Der Ball Wensack ativity Werbe Werb Werb Vielen Dank.